Herzlich willkommen bei S21-BauTV. Heute mal wieder was Neues, und zwar die Behelfsbrücken für die Baulogistikstraße an der Nordbahnhofstraße. Und dieses Schild hängt sogar schon dran. Wir haben die ja beobachtet, als sie gelagert waren im Nordbahnhofareal, und wie vermutet für jede Richtung eine oder zumindest zwei Spuren sind vorhanden. Und hier haben wir die Baulogistikstraße an. Deutlich zu erkennen die Spezial-Wellblech-Konstruktion. Die dann von oben mit Beton vergossen werden kann und Armierung für eine stabile Fahrstraße. Wir schauen uns das gleich nochmal von oben an. Schild. Und an die Baulogistikstraße an.